Herzlich Willkommen Hey John Wir haben eine Verkehrskontrolle, einmal für Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte Du kannst ja gleich für Führerschein Nee, weißt du, vorher, bei unserer Wix gewesen, mich hat dann ein ehemaliger Arbeitskollege angeholt, der ist das FAB Ich bin durchgeheizt durch die Stadt, ehm, er hat die Serien nicht gesehen, weißt du Und dann ist er gleich, halten sie wieder an, und so ist die Meldung Ah, und dann, und erst wie ich langsam geworden bin, hat er dann gemerkt, oh, der hat jetzt die Sirene an Der ist mir hinterhergefahren, am Schluss hab ich dann gedacht, warum folgt er mich Ja, und dann hat sie ausgestellt, dass das ehemalige Mitarbeiter war Nö, also, das hatte ich auch schon mal mit Alfa, nur, dass wir in der Luft waren und dann plötzlich die Meldung kam Ich schaue es auch Ich schaue es auch Dass wir rechts ran, halt, nahen sollen, na Ah, dann muss ich, das ist doch Spaß Ich bin ja auch gerade ein Dingsgästen, äh Lass mich noch, wo Ja, ich höre dich nicht, ah Ja, das Blüster ist doch Spaß, halt mal Hehehehe Anhalten wollen Na gut, ich war bei der Alles klar, mach gleich Ja 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 Und oh scheiße, dein Auto ist kaputt du hast eine Adelle wenn was ist, bitte einmal anfangen, ich bin beim Tiri Kurs beim Mama Marina ae 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 was ist damit die andere person auch holen ich wünsche euch noch einen schönen tag da ziehen wir uns gleich wieder ja 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 braucht sehr behandlung ja kann euch nicht geben natürlich ja das ist ja öffentliche straße sie dürften mit auf straße fahren und natürlich ja ja trotzdem auffassen beim nächsten mal auch wir machen macht sich achtungen menschen zeiten immer die überschlauen ja ja ich bin ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020